Jeden Tag stellen wir uns eine Herausforderung. Manchmal Großen, manchmal auch Kleinen. Jeder für sich oder zusammen mit vielen anderen. Mit dem Ziel, Wissen weiterzugeben und Kompetenzen zu fördern. Ob für handfeste Dinge oder für neue Ideen. Für Konstruktionen in dieser oder in der virtuellen Welt. Wissen kann bunt sein oder gut schmecken. Wissen kann Maschinen zum Leben erwecken. Oder Leben einfach bereichern. Ob auf Deutsch oder in sämtlichen Sprachen dieser Welt. Wir begleiten auf dem Karriereweg und geben Wissen weiter. An die, die noch am Anfang ihres Berufslebens stehen. Jene, die am Sprung sind, Meister auf ihrem Gebiet zu werden. Aber auch an alle, die in jedem Lebensabschnitt einfach Freude an Wissen haben. Wissen hat einen fixen Standort. Wissen kommt aber auch zu den Menschen in die Regionen. Wir sind Partner von Unternehmern, von Organisationen, aber vor allem von Menschen. Uns verbindet dabei die Leidenschaft. Unser Anspruch an Qualität. Unsere Philosophie, das Lernen lebendig und nachhaltig sein soll. Und das Ziel genau das zu bieten, worauf es tagtäglich in der Praxis ankommt. Manche Dinge im Leben halten nicht ewig. Aber Wissen, Wissen ist für immer.